und es ist ein weiterer er Pau da er hat 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 das würde ich bin ich bin ich mag Fäden haben und warum hat sie unten rechts und stehen lassen super ich hab drei vier und jetzt das 6 plus 2 was ist denn hat das Bubi sich verletzt Zombie Attacke ich liebe Zombies mein Hauptgericht Fäden wo müssen wir überhaupt hin und zweite Frage wie kommen wir nach oben ich habe keine Treppe gebaut hinter dir hinter dir was ist hinter mir ich tue euch alle umbringen habe ich doch gesagt ich bring euch um bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when we come for you bad boys bad boys wo rennst du hin da oben siehst du diese ähm blöcke die ich da hingebaut habe wo äh äh cobblestones hallo geh da weg geh da weg du ich wollte gerade hochbuddeln ich glaube da oben ist jemand ich verstecke mich mal da ich mag ich mag bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when we come for you lad mich mal raus ich hol mir schnell seine sachen sind meine sachen ich habe ihn umgebracht ich habe ihn umgebracht also sind es eigentlich tendenziell nachgerichtlichen sachen meine sachen ich gehe gleich auf meine vorsicht hui lehm ah fick dich spinne du bist du bad boy bad boy du 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 das wird ja immer besser gib mir meine ah ja danke du musst mich beschützen ich habe hier die wertvollen sachen aber ich auch gleich ab ich muss dir was sagen ich verlasse dich ich verlasse dich äh äh what you gonna do what you gonna do when we come for you bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when we come for you was machst du jetzt ich zieh mich auf meine insel zurück weit weg von hier ja warte erstmal ich brauch holz ich brauch holz ich hab kein holz mehr du bleibst doch hier das ist doch deine insel da drüben da drüben ist ein baum ne ich will erstmal was anderes nein au 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 das war's echt nicht wert au ich so blöd weiß nicht wo ist denn daniel ja und diese meldung war zum nicht korrekt obwohl ich bin weg wie jetzt ich geh auf meine insel weit weg von hier jetzt warte doch erstmal Wieso? Du sollst doch auf deiner Insel bleiben. Ich will auch nicht. Wieso? Das ist die schönste Insel. Let's play together. Warum verstehen das Wort einfach alle falsch? Weißt du, wo bist du? Together heißt, dass man nicht zusammen da auf einen Punkt ist, sondern dass man zusammen ein Let's Play macht, aber man muss nicht immer auf dem gleichen Punkt sein. Sieht er mich? Also ich glaube, du bist gerade in die falsche Richtung abgesprungen. Nicht in Richtung Insel, sondern in die Gegenrichtung. Ich schwimme dir nach. Und ich habe all die wichtigen Sachen. Über 64 dick Eisen. Eisen ist nicht wertvoll. Nur die Diamanten. Und aus der Insel wollte ich irgendwie was bauen, bloß ich weiß nicht, ob das die richtige Insel ist. Jetzt bitte warte doch mal auf mich. Oder gehen die weiter hinter? Hä? Alter, warte. Creepy, stell dich zum Duell! Creepy! Bauty! Komm schon! Bitte, ich bitte dich! Inständig, bitte ich dich! Warte auf mich! Denn ich habe einen Ofen, sogar zwei, und Holz, und andere Dinge. Geduld. Ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb! Dann bau dir ein Bett! Und tot! Du musst deine Sachen einsammeln? Nein! Nur weil ich einen Diamanten habe, muss ich ihn nicht einsammeln. Außerdem war ich schon viel weiter hinten als du. Nein, wieso? Ich bin nicht gerade zu deinem Ort gekommen. Wie zu meinem Ort? Ja, da, wo du gestorben bist. Bauen wir auf dieser Insel ein Haus? Ich baue auf der anderen Insel! Was? Ich baue auf einer anderen Insel! Aber zuerst geh, holst du dir dein Zeugs, oder? Ja, na klar. Kannst du mir irgendwie Essen geben? Ähm, ich muss dieses Let's Play kurz unterbrechen, da meine Mutter gerade anruft. Also bis gleich. Und wieder zurück, nach einer kurzen Besprechung mit meiner Mutter, bla bla bla. Nein, alles eigentlich geheime Sache, aber ihr seid meine Let's Player und was zur Hölle baust du da? Was? Zuschauer, weißt du? Es sind Zuschauer, ja. Aber nach tendenzieller Überrechnung meiner Theorie. Oder nach der String-Theorie von Alfred Einstein. Oder weiß der Geier was. Wir sind keine RTL-Gescheite. Wir sind das erste Jahr da und... Ähm, für die Leute, die aus Deutschland kommen oder aus meinem Heimatland... Ähm, die... Baust du nen Scheiß-Heißloch? So ähnlich. Nein, ich möchte einfach so eine Unterkunft, damit ich meine, dann ab uns schlage. Ähm, ja. HTBLA-UVA bedeutet höhertechnische Lehranstalt und Versuchsanstalt. Das ist... Naja, sie tun keine Versuche anstellen, die, ähm, in den Bereich gehen. Alter, wie tief ist alles von mir gesunken? Ich bin grad auf Tiefsee. Scheiße, ich verliere schon wieder Luft, scheiße! Au! Au, au. Au! 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 Huuu! 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 Es kann doch nicht sein, dass ich nur in die Richtung... Nein, da unten ist es noch im Grund. Ja, meine Goldbahnen verlieren natürlich hier unten. Ich schwimme mit dem Tiefsee-Fischen. Nicht schon wieder! Au! 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 Ich will aus... Weißt du, wie das ausschaut? Ich bin so blöd! Ich wollte mir eigentlich eine Axt machen, aber ich hab mir jetzt noch eine Spitzsacke gecraftet. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mal Holz. Komm, Dubert! Warte, ähm, gib mir einfach einen Seizling, okay? Was? Äh, weißt du schon, diese, äh, wie soll ich sagen? Sag den Damen. Diese... Setzlinge. Yeah. Ich hab gar keinen einzigen Setzling. Ja, dann gib mir welche, wenn du welche findest. Ich fände keinen, weil ich baue den Baum nicht ganz ab, den darfst du abbauen. Ja, ich hab eh ne Spitzhacke. Ne Spitzhacke. Äh, ja, ne Spitzhacke hab ich auch, aber ne Axt. Und bitte, 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 ich brauche was zu essen, bitte. Da, schau her, ich leg dir hier was hin. Kriegst was kleines Büble. Endlich! Ich geh mal kurz aufs... Weißt du was, ich werd uns ne Farm bauen. Ey, was tust du? Ich muss erforschen. Kommst du so wieder zurück? Ja, ein paar Wochen mal. Ja. Wuhu! Kommst wieder heil zurück! Ah, genau, die haben ja den neuen Snapshots, ähm, verbessert, dass das besser funktioniert. Ich war doch irgendwie... Wo waren die Inseln, wo ich darauf meine Festung gebaut hab? Mit dem Nuklearsprengkopf. Und jetzt fragen sich bestimmt einige... Äh, Nuklearsprengkopf? Von was geredet, dieser alte Quatsch? Dieser komische Schädel da, der uns hier ein Let's Play verzapft. Ähm, Nuklearsprengkopf, ich hatte einen Mods installiert und da gab's eine Mega-Nuke. Und die hat die ganze Insel in einem Schlag zerstört. Und ich würde gern diese Insel wieder finden. Ah, und gefunden. Wirklich? Yep. Das wird meine neue Heimat. Ja, dann komm mal zurück und schnapp dir ein paar Dinge aus der Kiste. Wieso? Ich hab doch meine Sachen dabei. Ja, dann zeig mir wenigstens, wo die Insel ist. Genau gegenüber von deiner, aber da baust du nix. Ich baue jetzt Abwehrsysteme drauf. Mit Redstone und... Jeder hat sozusagen seine eigene Insel, finde ich jetzt cool mit da dran. Die mittlere ist unsere Zusammeninsel. Oder Forschungsinsel. Und jeder hat seine eigene Insel. Crying Ice? Das will ich die Besuche abstatten, oder? Na klar, wenn ich die Besuche abstatten, hätte ich mein Boot immer noch. Ich hab beim Boot nicht grad ein bisschen zerdönst. Zerdönst? Zerdönst. Alter. Was ist? Ich hab's zerdönst. Ich hab eine Harke. Hast du auch Samen? Ja, hab ich. Ich hab's von dir geklaut. Was? Hab ich von dir geklaut. Ich hab gar keine gemacht. Ja, du hast es Samen. Und ich hab sie geklaut. Alter, fick dich! Das war meine! Tja. Freu dich schon mal auf den Krieg! Ich hab's mit schönes, dastiges Brot daraus. Was? Schönes, knackiges, dastiges Brot. Gut. Das Problem hätten wir schon mal gelöst. Ich baue nur noch hier einen Wachtturm dann hin. Und das wird jetzt Ewigkeiten dauern. Und dafür entschulde ich mich schon mal, dass ich jetzt so lange kein Haus bauen werde, weil ich jetzt einen Wachtturm baue, wo ich drin lebe. Und der wird groß. Und wenn ich mein groß, dann meine ich auch groß. Sie können mir vertrauen. Er wird groß. Und aus wertvollen Materialien hergestellt. Und deswegen... Nein. Ein bisschen unwertvoller. Aber trotzdem schwer in der Herstellung. Ziemlich lange in der Herstellung. Deswegen baue ich jetzt auch weitere vier Öfen. Ja, Warno. Was machst du? Bist du? Ja. Toll. Hier im Hintergrund. Lapus, 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 Lapus. Nein, er hat geschrien in Deutschland. Ist er einfach auch deutsch oder wie? Nein. Ah. Dann anfangen wir uns auch nicht zu schreien. Dann wirst man doch sein Land verteidigen hier. Oder? Ich kann fliegen. Jui. Dann hast du einen Bug. Weißt du, was ich da gegenüber dir habe? Hä? Nee, ich habe sogar mehr als du. Ich habe jetzt nicht auch noch Zuckerrohr. Ich habe einen Baum auf meinem Haus. Auch eine tolle Sache. Nein, ehrlich. Ich habe einen Baum auf meinem Haus. So. Dann wollen wir hier nochmal ab und hier nochmal ab. Bauen wir hier gleich mal eine Nervenklinik hin. Nein. So. Ich hätte mir einen Schaufel machen wollen. Ich hätte mir hier noch eine Höhle eingebaut. Hier kann man sich schon eine Höhle eingebaut. Gut. Und dann holen wir uns unsere Erde. Und bauen darüber mal schon einen Höhle eingang. Drüber, nicht daneben. Und ab in die Mille. Du bist so ein Typ, der gerne in der Mille herum. Chillt. Was? Nicht so ganz, aber ich baue eben meine Rohstoffe. Und ich will Diamanten. Ich kann es noch creepier. Gut, ich brauche. Definitiv. Ich brauche noch ein bisschen Eisen. Eisen, Eisen. Und ich brauche mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 oh, wir haben schon eine Lizenz vertreten. Geh mal Groove dann. Oh, scheiße. Was denn? Es wird Nacht. Haha, ich habe eine Tür und ein Haus. Und ich eine ausgeleuchtete Insel. Gleich. Und ich habe eh wenigstens Essen. Ich auch. Ganz wahr. Doch, ich habe noch Pilzsuppe. Das waren meine Pilze. Ist doch egal, du hast sie mir überlassen. Nein, habe ich nicht. Ich wollte eine Suppe draus machen. Habe ich auch. Ja, aber nur für dich. Nein, ich habe dir welche abgegeben. Insgesamt drei. Drei von wie vielen? Drei. Was? Drei von drei. Nein, du hast mehr als nur drei gemacht. Ja, meine eigenen. Game, wie viele gab es? Wie viele Pilzuppen hattest du jetzt? Das haben wir vor, dass du mir gegeben hast. Also, du hattest drei mehr gegeben, die ich dir für dich machen sollte. Und ich habe vier gegeben. Nein, du hast mir drei gegeben. Nein, ich habe vier. Drei. Vier. Vertraue dem Pro und lass ihn das regeln. Alter, ich habe dir vier gegeben. Nein. Warte. Du hattest mir überhaupt nichts gegeben. Also, jetzt entschuldigst du mich hier ganz feig. Ich habe dir echt viel gegeben. Das werde ich mir dann in Let's Play noch angucken. Das kann noch einige Zeit dauern. Und du weißt, was man alles heutzutage mit dem schönen Wort Arbeiten machen kann. Ah, genau. Ist schon nach? Ähm, ja. Und meine Insel ist so ausgeleuchtet, jetzt kommt kein Monster mehr drauf. Aha. Wetten, dass ich ein L als meine Farm benutze? Nein. Kannst du dir ja im Let's Play anschauen. Äh, L. Nie. Damit fängt mein Nachnamen an. Nie. Was? Aber natürlich, meine lieben Leute, verrate ich euch meinen Nachnamen nicht. Die wissen sowieso, wir meinen auch nicht. Ey, du hast meine Spitzhacke geklaut. Hab ich gar nicht. Doch, ich habe kein... Entschuldigst du mich auf einmal. Ich habe keine Eisenspitzhacke mehr. Die ist kaputt gegangen. Nein. Die hatte noch was volles Leben. Das ist super schlampt. Jetzt halt die Schlauze. Ich will mir mein Zeug rechts schaffen, darf wieder zurück. Ja, und ich meine Pilze.